Hallo, ich heiße Carlyna Lohn und am Montag, Dienstag und Donnerstag hat Heike Batsch mit mir drei Anwendungen gemacht. Und ich bin froh, dass ich das machen durfte, weil es war für mich eine neue Erfahrung und was hat sich in meinem Leben geändert nach diesen kurzen Zeiten. Ich bin leichter geworden und es ist einfach schön. Ich schlafe jetzt viel besser. Es ist mir klar geworden und wenn ich sage klar, dann meine ich das, rede ich über meine Gefühle, dass durch die Selbstliebe, ich habe das Gefühl, dass ich ganz, ganz wild liebe. Und das habe ich irgendwann erfahren bei Geburt meiner Tochter. Damals könnte ich auch ganz wild umarmen. So geht es mir jetzt. Ja, es ist, ich hatte eigentlich schon auch gutes Leben gehabt und ein paar Sachen waren schwierig, dass meine Schlaflosigkeit, aber es ist, allgemein ist es schöner geworden, bunter und reines Bewusstsein. Es ist auch fest, habe ich gestellt, dass ich, ich wusste nichts, was das bedeutet. Naja, jetzt weiß ich mittlerweile. Vielleicht ist das nur ganz kurze Moment, aber ich hoffe es, es wird immer öfter und längere Zeiten. Also vielen Dank und insbesondere an Heike Pach.